Also ich bin jetzt persönlich echt gespannt, was er jetzt dazu sagt bei dem Twitch-Vertrag. Weil ich dachte eigentlich, Twitch ist sein Ding, aber der hat sich ja schon mal kritisch geäußert, dass sie doch endlich mal was ändern sollen mit dem Vertrag und sowas. Vielleicht will er auch einfach nur einen höheren Vertrag, also einen besser bezahlten Vertrag haben. Und ja, möchte deshalb nie unter Druck setzen. Aber ich hab doch keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Ich bin gespannt. Danke für 5000 Bits, mein süßen Alter. Ich bin's, Tim. Danke, Mann. Fangen wir erst mal bei einem Thema an, was euch anscheinend sehr interessiert. Und zwar das Ding mit dem Twitch-Vertrag. Ja, ich habe meinen Twitch-Vertrag auf Twitch gekündigt. Richtig. Das heißt, mein Twitch-Vertrag wäre am 1. März 2020, glaube ich, abgelaufen oder wäre zu Ende gewesen. Und ich habe ihn jetzt vor einer Woche gekündigt. Da ist irgendwie so ein gefühlt kleines Drama draus geworden bei einigen Zuschauern. Aber ich kann auch den Wind aus den Segeln eigentlich relativ schnell rausnehmen. Das ist strategisch einfach das Beste, was ich hätte machen können. Also ich finde das an sich, das ist kein dummer Move von Montana Black. Das ist der größte Twitch-Streamer in Deutschland. Das heißt, Twitch will den unbedingt natürlich auch bei sich haben. Und wenn er da jetzt sagt, hier, besserer Vertrag oder ich bin weg, dann hast du die halt auch einfach. Also dann sind die auf jeden Fall auf deiner Seite und werden dir dann wahrscheinlich einen besseren Vertrag machen. Ist nicht schlaue Sache. Aber ich bin gespannt, was du noch so dazu sagst. Am Ende sagt er dann vielleicht, ja, aber vielleicht lasse ich es, vielleicht halte ich es auch offen. Vielleicht macht ja Mixer noch ein Angebot, man weiß es ja nicht. Also einmal hat er ja schon mal gesagt, Facebook-Streams macht er definitiv nicht. Das hat er ja vor. Keine Ahnung, das ist aber schon Monate her, wo er das mal gesagt hat. Egal, ob man im besseren Vertrag bei Twitch aushandeln möchte oder bei anderen Plattformen mal anfragen möchte und sagen möchte, ey, ich bin's, Monte. Das war strategisch einfach wichtig für mich, weil ich musste jetzt den Twitch-Vertrag kündigen, weil man hat eine Kündigungsfrist von drei Monaten oder so. Und hätte ich jetzt den Twitch-Vertrag nicht gekündigt, hätte er sich automatisch verlängert. Ja, und deswegen habe ich ihn ganz einfach gekündigt. Ja, das ist ja auch schlau. Ich sag mal so, ich weiß ja nicht, wie lange so ein Twitch-Vertrag geht, aber wenn es so ein Zwei-Jahres-Vertrag ist, dann ist das halt immer noch mal, weißt du, zwei Jahre ist halt extrem lang. Vor allem ist ja in der Zeit auch viel passiert. Monte ist ja nochmal richtig krass durch die Decke gegangen, durch das ganze Fortnite-Zeug. Deswegen, klar, werde ich auch den Vertrag erfrischen, ne, weil da bekommt er bestimmt noch ordentliches Geld. Wolfi, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Das ist normal, wenn es ums Business geht. Ich kann auch ganz ehrlich mit euch kommunizieren, dass ich natürlich meine Priorität daran setzen werde, bei Twitch zu bleiben. Warum kam da jetzt dieses Bubble-Zeichen? Ohne Scheiß, die Crew, der Ehrenbruder, die Crew, wo war jetzt das Bubble-Zeichen? Das ist ganz obvious. Ich möchte bei Twitch bleiben. Ich liebe Twitch, überall ist, Digga. Klar. Facebook-Streams, wenn da nicht noch das Gefühl, der Update der History kommt, sind Facebook-Streams für mich. Ich vergleiche es auf Monte, auf die Monte-Art und Weise. Okay, ich bin gespannt. Okay, ich bin gespannt. Also, ich bringe jetzt mal einen Monte-Vergleich von den verschiedenen Streaming-Plattformen. Twitch ist die Seite, die man am liebsten schaut, weil es dort alle Pornos in HD gibt. Alle Pornodarstellerinnen. Massig Auswahl vom Fick-Material. Saftig knachtig. Du siehst in meiner Auflösung selbst den kleinsten Pickel an der Pflaume. Okay, also der macht das jetzt anhand von Pornoseiten. Klar, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Ist natürlich auch was praxisnahes, gerade auch so in unseren Streams. Ne, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Okay, also Twitch kann man jetzt schon mal sagen, ist so, wie er es jetzt beschreibt, wie das OnePlus Ultra. Da gibt es alles, das ist perfekt, so beste Qualität, also richtig nice. Okay, der wird jetzt bestimmt einen Vergleich machen mit, ja, ich glaube noch Mixer bestimmt und, ja, keine Ahnung, ob der nochmal Facebook mit reinbringt, keine Ahnung. Papa, da will man immer... Populette, es wird auch jeder mit den normalen Stream-Plattformen verstehen. Dann kommt Mixer. Mixer ist die Pornoseite, die auch einiges an Auswahl hat, aber irgendwie auch nicht wirklich Spaß macht. Da fehlen noch einige Sachen und... Ich weiß nicht, ich war bisher, muss ich sagen, erst einmal auf Mixer, hat man so geschaut, wie die Plattform dort überhaupt aussieht. Und ich persönlich, also ja, ist so in Ordnung, aber für mich ist das Ganze noch viel zu klein, noch viel zu unerfahren, sage ich mal. Und ich weiß nicht, ich hätte jetzt keinen Bock auf Mixer zu gehen. Weil ich weiß, wenn ich dann auf Mixer gehe, habe ich maximal pro Stream, wenn es gut kommt, 10 Zuschauer. Und wenn ich weiß, ey, ich habe eigentlich eine Stamm-Community, die immer bei mir ist, von vielleicht 40 Zuschauern definitiv und dann immer noch mehr, also ein paar Leute sind immer noch mehr mit dabei, dann würde mir das mega wehtun, ne? Keine Ahnung, Mixer wäre jetzt gar nichts für mich, bin ich ehrlich. Ja, ansonsten, was gibt es noch so? Facebook gar nicht, also Facebook, nee, Facebook nie und nimmer. Also das wäre übrigens der Krampf und ja, YouTube geht eigentlich noch, aber da bin ich jetzt auch kein großer Fan von, weil ich bin lieber sogar der Twitch-Typ. Ich feiere Twitch-Plutal, weil da ist es viel, viel persönlicher an. 100 Bits, Bruder, vielen Dank, vielen Dank. Man kann da ab und ab einfach zurückgreifen, aber am Ende, wenn du dann auf der Seite warst, willst du wieder zurück auf Twitch, weil da einfach die beste Realität ist. Denke ich auch, denke ich auch. YouTube Gaming Streams sind so die Seiten, wo du raufgehst und du findest überhaupt gar nichts von dem, was du möchtest. Am besten öffnet jetzt nicht noch ein Virus, habe ich letztens gerade erst gehört, Real Talk. Alessio, grüß dich. Muss ich sagen, hat er auch irgendwo recht. Ich finde YouTube, das ist, was die Stream-Sache angeht, finde ich einfach viel zu unübersichtlich. Also bei YouTube hast du halt einfach das Problem, es ist einfach, du guckst nach irgendeinem Livestream, dann findest du erst mal 10.000 Videos, bis du zum Livestream gekommen bist. Finde ich auch nicht so nice, deswegen finde ich jetzt den Vergleich gar nicht mal so schlecht. So, bei YouTube findest du da nicht so viele Livestreams. Aber nicht auf der Formseite, sondern auf der Downloadseite für MP3-Formate. Da willst du nicht bleiben. Du guckst mal ein bisschen und du spielst. FIX! Oh mein Gott! Vielen, vielen lieben Dank! Vielen, vielen lieben Dank! Du willst ganz schnell wieder zurückkommen. Hast gerade auch gestreamt. Und dann haben wir da noch Facebook Gaming. Facebook Gaming ist so... Da klickst du drauf und guckst den 360p-Po... Nee, Facebook Gaming, da klickst du drauf und schließt das halt direkt wieder. Und denkst dir, wer wäre nämlich eigentlich verarscht, wir leben im Jahr 2019. Alter Scheiße, wir haben uns nicht abgesprochen. Und dann gehst du auch nie wieder zurück, weil sich das so negativ in dein Gehirn eingebrannt hat. Ja, das stimmt. Hat er recht. Hat er recht. Und das ist halt das Ding. Viele haben jetzt Panikmacherei geschoben. Montes hat den Twitch vertragen können. Irgendwie Bot... Nee, irgendwie Totheiler. Grüß dich. Vielen Dank für den Follow. Da muss ich aber jetzt mal ein was sagen. Und das verstehe ich gerade nicht zu 100%. Also Montes sagt gerade eben, hier alles cool. Ich werde auf jeden Fall auf Twitch bleiben. So der Rest, wie er es schon gesagt hat, ist halt noch nicht gut. Mixer macht da noch keinen Spaß. Facebook nie und nimmer. YouTube auch nicht. Das ist absoluter Rotz. Das Problem ist halt jetzt, Twitch, die werden sich da jetzt denken, na, weißt du was? Wenn der jetzt schon so redet, dass der eh bei uns bleibt, dann werden wir den Vertrag jetzt nicht so übelst krass hochschrauben, sondern wir werden das Ganze ein bisschen steigern, aber jetzt nicht zu sehr. Dann wird der so oder so bei uns auf der Plattform bleiben. Deswegen finde ich jetzt den Move an sich eigentlich, das ist kein 200-DQ-Move von Montel, hier zu sagen, ja, ich werde so oder so auf Twitch bleiben. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das finde ich jetzt gerade, das ist doch eigentlich ein bisschen, nur ein ganz klein bisschen idiotisch. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das finde ich auch ein bisschen, ist ein bisschen komisch oder ist ein bisschen weird? Und bei Facebook Gaming Streets? Nein. Also unter jetzigen Voraussetzungen, wie die Streams auf Facebook sind, dass man mit seinem realen Namen in den Chat schreibt und, 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 ich sage euch ehrlich, selbst wenn mir Facebook und so weit ich hier sitze, selbst wenn mir Facebook einen 2-Jahres-Vertrag, 3-Jahres-Vertrag von 10 Millionen anbieten würde, ich würde das nicht machen, Digga. Weil jeder Stream eine Qual wäre. Geld macht nicht glücklich auf Dauer. Klar, Geld gibt dir ein bisschen Sicherheit. Ja, ey, sehe ich aber ganz genau so, weil guckt euch das mal an, das ist, ne, das ist einfach was, ich stelle euch vor, ihr seid zum Beispiel ein sehr sozialer Mensch, ihr möchtet unbedingt in einem sozialen Beruf arbeiten, so, weil es ist eure Leidenschaft, da geht ihr auf, da habt ihr richtig viel Spaß dran, verdient aber, sage ich mal, was weiß ich, 2.000 im Monat. Und dann, aber das jetzt über drei Jahre lang. Und dann sagt jemand, ja, weißt du was, wir bieten dir 10.000 Euro im Monat an, aber du musst jetzt eine Büroarbeit machen oder irgendeinen Handwerksjob. Obwohl du da gar, du kannst das gar nicht, du hast da gar keinen Bock drauf. Ungefähr so ist das und das, so würde ich, sehe ich genauso wie Monte, ich würde das auch nicht machen. Ich meine 10 Millionen. Also jetzt in meiner Größe würde ich sagen, ey komm, weißt du was, gib mir einfach 10 Millionen, dann mach ich mal einen Facebook-Livestream. Da scheiß drauf, ne. Ich meine 10 Millionen, da bin ich halt abgesichert. Aber, weißt du, das ist halt, muss ich einfach mal so sehen, das ist in Montes Sicht, das sind 10 Millionen, ist zwar viel Geld, definitiv, aber da geht der Spaß definitiv vor bei ihm. Weil er auch die 10 Millionen theoretisch auch mit Twitch schaffen könnte. Aber ich würde, ich würde nicht auf Facebook-Stream. Das geht einfach nicht. Das geht nicht, Digga. Facebook-Streams, also ich will jetzt mal sehr weit ausholen und bitte, da soll sich auch niemand angegriffen fühlen und ich weiß, es werden sich wieder einige angegriffen fühlen, aber wer auf Facebook-Screamt, für Bezahlung oder freiwillig, mir egal, der liebt seine Community 0%, der macht auf die Community den. Grüße gehen raus an der Wi-Fi-D. Gerade immer ganz kurze Wi-Fi-D, komplett Ops genommen, auf eine andere Art und Weise. Kuss geht raus. Also seid mir nicht sauer, aber Facebook-Streams sind die, ist der größte Schmutz, den es gibt. Der größte Schmutz, größter Schmutz, Digga. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Und ich habe halt meinen Twitch-Vertrag gekündigt, einfach aus, ja, aus Business. Was, Debitur war es auch? Hat es auch gemacht? Ich kann euch eins sagen, wie gesagt, wiederhole ich mich. Mein Hauptziel ist es, auf Twitch zu bleiben. Und ich möchte gerne auch auf Twitch bleiben. Ja, also, ihr sagt Tron, 2.000 Euro ist auch völlig, ist in Ordnung. Aber, Leute, was ich jetzt nochmal kurz sagen wollte, wegen Debitur oder Wi-Fi-D, die so auf Facebook streamen. Weißt du, eine Wi-Fi-D ist ein sehr bekannt, also der hat damals eine Facebook-Seite gehabt, die mega krass abgegangen ist. Die hat, glaube ich, eine Million Likes oder so. Also, es ist zu seiner Zeit damals richtig krass gewesen. Und dann hat er auf Facebook gestreamt. Und ich schätze mal, der hat da richtig viel Geld bekommen. Ja, der hat ja durchschnittlich Zuschauer, wie viel? 60? 70? Dafür, dass er eine Million Likes allein auf der Seite hat. Und dafür, dass der 1,7 Millionen Abonnenten auf YouTube hat. Leute, das demotiviert übelst. Vor allem siehst du da eine ganze Zeit im Chat, niemand schreiben. Und wenn da mal jemand schreibt, dann ist es absolut, absolut lost. Facebook kann sich auch nicht ernst nehmen. Also, der muss da schon ordentliches Geld bekommen haben, um das anzunehmen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, bei dem Wi-Fi-D bin ich jetzt ehrlich. So, muss ich trotzdem, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben, bei dem Wi-Fi-D ist man es eigentlich auch nicht anders gewohnt. Dass er da auf Facebook dieses Angebot sozusagen annimmt. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Weil, letztes Jahr habe ich zum Beispiel, damals, das war letztes Jahr, da habe ich ein Video zu ihm gemacht. Yo, so, oder vorletztes, nee, war es vor zwei Jahren? Kann auch sein, nee, es war vor zwei Jahren. Da habe ich ein Video, glaube ich, gemacht. Sieben Product Placements in einem Monat, im Wi-Fi-D. Er hat in einem Monat sieben Product Placements gemacht. Weißt du, wie viel das Geld ist? In seiner Größe damals schon. Er hat ja unglaubliches Geld bekommen. Unglaubliches Geld. Weißt du, und wenn du das siehst, dass er fast jedes Video im Product Placement hat, und dann macht er Facebook-Livestreams, dann weißt du doch, um was es geht. Dann weißt du doch, dass es hier nicht um Spaß geht, vor allem wenn du mal den Kanal anguckst, dann weißt du, dass es kein Spaß ist, sondern dass es halt übelst da Müll teilweise ist. Und ja, es tut halt weh, weil ich weiß, mit Wi-Fi, ich muss sagen, Wi-Fi-D habe ich damals gefeiert. Damals habe ich Wi-Fi-D gefeiert mit den Videos mit, äh, ja, Flachwitz-Change oder sowas. Aber was ist dann passiert? Irgendwann sind dann die Fortnite-Videos passiert. Das ist alles unlustig, sein Urgroßvater, muss ich sagen. Aber jedem das seine. Also jeder darf natürlich das machen, was er will. Und, was ist noch so? Reactions. Irgendwas mit Kolgate. Irgendwelche Truppen werden überfahren. Übelst du auch rotst, was in Amerika vielleicht gut geklickt wurde. Und das macht er halt ganz oft. Auch Wi-Fi-HD reagiert auf die teuersten Dinge. Die werden dann hier wahrscheinlich irgendwie reingeballert. Keine Ahnung, das ist für mich einfach nur lame und einfach nur unglaublich einfallslos. Also man kann auf Sachen reagieren, okay. Aber die Reaktion, die dort sind, ist, äh, also was macht denn der da jetzt? Oh, das ist ja Wahnsinn. Oh, hätte ich nicht gedacht. Hey, tut mir alles weh, wirklich. Und das, muss ich sagen, bei der Wi-Fi-HD tut es mir halt wirklich weh und leid. Weil der eigentlich, ja, ich finde, der ist eigentlich sympathisch. Der ist eigentlich freundlich. Das ist halt schade irgendwo. Und was sich dann daraus ergibt, das sehen wir dann. Das sehen wir dann. Aber spannend, dass du das sagst. Was hast du denn jetzt als Verhandlungspunkt? Naja, Verhandlungspunkt ist für mich definitiv kein Facebook. Stream. So. Aber es gibt auch noch andere Plattformen, wie zum Beispiel Mixer. Und sollte, und da bin ich ehrlich zu euch, sollte YouTube Gaming an ihrer Seite relativ zeitnah noch einmal etwas ändern. Nee, Sachsen-Ziege. Revinzeit, der hat immer dieses, der kommt flach. Das hat er immer übelst versaut. Revinzeit, der war richtig unlustig, ey. Den habe ich dafür gehasst, für diese Videos, die er da immer mitgemacht hat. Es hat sogar, der hat es ja gerade vorgelesen, mit dem Verhandlungspunkt. Der hat sich das damit eigentlich schon fast so sau gemacht, dass er da einen guten Vertrag jetzt bekommt. Oder einen deutlich besseren Vertrag bekommt. Der hätte viel mehr Druck in diesem Stream ausüben müssen mit, ich gehe auf Mixer, ich gehe jetzt wirklich auf Mixer, außer die machen mir ein gutes Angebot. Und, weißt du, dann kannst du sagen, okay, als Plattform Twitch, okay, wir müssen denen ein krasses Angebot geben, erst dann kommt er. Weißt du? Aber das ist halt jetzt, das finde ich gerade ein bisschen lasch von Monte. Nicht weit genug gedacht, denke ich mal. Auch dann würde YouTube Stream für mich interessant sein, aber nur, wenn dort wirklich was passiert, bevor die irgendwie sagen, ja, das und das und das. Weil YouTube an für sich, als Geschäftsmann und... Ja, erfolgreich gedacht, genau. Vom Aspekt YouTube, YouTube Streams finde ich nicht schlecht. Ich schaue auch ab und an mal gerne YouTube Streams. Aber das, was mir halt essentiell bei YouTube Streams fehlt und was die aber nicht checken, ist der Chat. Und der Chat ist wirklich absolute Pisse bei YouTube. Wenn sie halbwegs ein bisschen daran arbeiten würden, dass der Chat geil ist, dann glaube ich, aus meiner Sicht, würde YouTube Gaming ne... Also ich denke, mit Chat, weil da jetzt nicht so, wie es aussieht oder so, oder wie es gemacht ist, ich denke eher, mit Chat ist auch teilweise damit gemeint, was dort für Leute kommentieren. Na, ich sehe es ja selber. Lady Hines, hi. Ich sehe es ja selber. Guckt euch mal jetzt in unseren Chat hier. Guckt euch den Chat einfach mal an. Alles sympathisch, alles normal, ich weißte, keiner beleidigt. Alles sind wirklich... Alle handeln hier einheitlich, so als wäre es wirklich eine Familie. Was ich mega feiere. Deswegen bin ich hier auf Twitch, weil es unglaublich familiär und geil ist. Und jeder supportet einen. Keiner beleidigt den anderen. Das feiere ich brutal. Wenn wir jetzt rüber auf YouTube gehen, weiß ich, dass nach fünf Minuten irgendein Idiot kommt und wieder irgendeine Beleidigung reinhaut. Das ist halt das, was ich halt nicht so feiere an YouTube, ne? Deswegen, Twitch ist da deutlich, deutlich geiler. Gute Konkurrenz Twitch gegenüber sein, ja. Aber solange das so ist, wie es jetzt ist auf YouTube, ist es auch nicht wirklich eine Option. Der Chat ist einfach nicht lesbar, nicht genießbar und es macht keinen Spaß. YouTube legt da keinen Wert drauf, das merkt man, ja, genau, das merkt man. YouTube legt da keinen Wert drauf. Legt generell keinen Wert auf Streams drauf. Und das Feeling, auf YouTube einen Stream zu schauen, finde ich okay. Weil YouTube ist mir eine vertraute Seite. Ich bin gerne auf YouTube, so. Ihr wisst, ich habe zwei YouTube-Kanäle, beide mit über zwei Millionen Abonnenten, so. Ich bin gerne auf YouTube und ich schaue mir auch gerne einen Livestream an auf YouTube. Aber ich kann ihn mir halt nicht lange geben, weil die Interaktion vom Streamer mit dem Livestream-Chat gefühlt null ist. Und das finde ich sehr wichtig. So, und dann wäre halt noch die andere Plattform Mixer. Mixer vom Optischen, vom Chat gefällt mir am allerallergen. Ich weiß nicht, also, keine Ahnung. Man muss aber auch sagen, so, ich weiß auch nicht, an was das liegt. Liegt das wirklich daran, also, bei mir ist es so, auf Twitch habe ich halt eine sehr erwachsene Community. Also, ich habe jetzt eine Community, die sind, sage ich mal, großteils zwischen 16 und, ja, ich sage mal, der Älteste wird alte Scheiße sein mit 51 Jahren. Das ist viel, viel erwachsener. So, ich denke, daran wird das liegen. Auf YouTube kann sich halt jeder Billo anmelden, jeder kennt's. Also, nicht jeder kennt ja Twitch. Und dementsprechend ist das halt kindlicher auf YouTube. Ich denke, daran liegt das. Gleich zu Twitch jetzt, ne? Aber, ich bleib dabei. Also, wenn man jetzt alle Konkurrenten vergleicht. Man hat Twitch an erster Stelle, dann kommen dahinter irgendwie jetzt nicht von der Reihenfolge, wer wo steht. Aber die Streaming-Plattform Nummer 1 ist Twitch. Und dann sind da noch andere Streaming-Plattformen wie Facebook, YouTube und Mixer. Und von allen diesen Plattformen finde ich Mixer am entspanntesten noch für Livestreamen. Aber anerst... Digga. Lollipopper, die dumme Sau, hat mich gerade eingeladen. Ich habe mich so erschrocken, Alter. Bei Playstation. AUSCH. Jetzt bin ich voll raus. Was wollte ich jetzt sagen, verdammte Scheiße. Ach, jetzt bin ich voll raus. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass, wenn eine Plattform am interessantesten für mich wäre, um mal drauf zu streamen, wäre es Mixer. Unter den jetzigen Voraussetzungen. Aber Plattform Nummer 1 wird immer Twitch sein. Ja, da gebe ich mir recht. Ja, ne, ich würde nicht sagen, Plattform Nummer 1 wird immer Twitch sein. Ich sage mal so, Twitch... Das ist schwierig. Keine Ahnung. Weil du weißt ja nie, wie wird die Konkurrenz später mal sein. Wird YouTube das irgendwann mal auch so einführen, dass es Subs verschenkt werden können. Das... Weißt du, dass die ganzen Sachen, die zum Beispiel Twitch hat, dass das Ganze auf YouTube noch krasser aufgezogen wird. Weil die Möglichkeiten hat YouTube eigentlich. Die haben das Geld dafür. Und die können das auch locker so einstellen. Aber die haben noch nicht die Priorität auf Livestreaming gemacht. Das heißt, wenn YouTube jetzt sagt, jo, wir setzen jetzt richtig viel auf Livestreams und so, weil das ist ein krasses Geschäft, das geht momentan übelst durch die Decke. Und werben dazu noch andere Leute an, die auf Twitch vielleicht sind, mit einem guten Vertrag. Dann kann es natürlich auch sein, dass irgendwann YouTube... Und das in kurzer Zeit, dass auf einmal YouTube ganz vorne mit dabei ist. Wir wissen es nicht. Aber da muss halt auch sowas kommen, wie ein kostenloser Sub oder so, den du halt zum Beispiel einen Streamer geben kannst. Wie das halt bei Twitch ist. Da hat halt durch Amazon, hat halt Twitch... Ist das nochmal was viel, viel krasseres, das ganze Ding. Ne, das feiert euch. Twitch wird immer die Nummer 1 sein, was Streams für mich angeht. Und wie gesagt, aus geschäftlicher Perspektive ist es natürlich klug von mir gewesen, mein Vertrag bei Twitch... Ja, aber nicht so klug war es halt jetzt wirklich, das rauszuplaudern, sage ich mal. Ich meine, jeder, wie er das für gut empfindet, ich sage einfach mal, ist eine schwierige Sache. Da er jetzt schon so ein bisschen nicht gut für den Vertrag, sage ich mal, gesprochen hat, sage ich mal. Ja, aber ansonsten, ich kann ihn da verstehen. Also, ich hätte den Vertrag da auch nicht verlängert. Hätte auch noch auf ein besseres Angebot. Definitiv gewartet.